Hinsetzen! Gentlemen, wir haben lange auf diese Nachricht gewartet. In genau zehn halben Stunden und sieben Zehntel Minuten greifen wir den Feind in der Wüste an. Ich glaube, Sie meinen die Küste, Sir. Was? An der Küste? Auch gut. Trotz größerer Planung ist das kein Grund zur Veranlassung. Unsere Aufgabe ist die Zerstörung der Nuklearwaffen auf der Maisfladenhöhe. Man will sie in zwölf Stunden aktivieren und sie stehen unter schwerer Bewachung. Sollten Sie wegen hinterhältiger Nebeleien mit dem Objekt Schwierigkeiten haben, sind Ihre Sekundärobjekte hier und hier. Eine Akkordeonfabrik und eine Mimenschule. Hals und Stimmbuch, Gentlemen. Ich übergebe mich. Ach, ich habe noch was vergessen. Das Telefon ist für mich. Ich gehe selber ran.